Die Entwicklung einer Forschungsfrage und eines Gesamtkonzepts ist eine große Herausforderung im eigenen Schreibprojekt. Und diese Herausforderung muss man oft schon ganz am Anfang bewältigen, zum Beispiel wenn man ein Exposé abgeben muss. Und das ist schwierig, weil man sich ja erst in das Thema einlesen muss, über seine Interessen, aber auch über die Umsetzung und Machbarkeit Gedanken machen muss. Und in der Phase fragt man sich dann ganz oft, was mache ich da eigentlich, was kann und will ich zu dem Thema eigentlich machen und was will ich darüber sagen. Der Vierschritt soll in dieser Phase unterstützen. Es ist eine angeleitete Übung zur Entwicklung und Präzisierung der Forschungsfrage. Es ist auch eine Weiterentwicklung vom bekannten Dreischritt mit einem ausdifferenzierten vierten Schritt, der dann das Gesamtkonzept auch abdeckt. In diesem Bild sieht man, finde ich, sehr schön, dass man Platz machen muss für die eigene Arbeit und für die eigene Forschungsfrage, dass man sich positionieren muss. Man muss also Platz machen und sich positionieren. Man schaut dann nach links und rechts, man liest sehr viel, man verschafft sich einen Überblick und überlegt sich, wie man selbst sich und seine Arbeit mit anderen ähnlichen Arbeiten verknüpfen kann. Oft ist von einer Forschungslücke die Rede unter Anführungszeichen, was sehr groß klingt, was auch danach klingt, als ob man das komplett füllen muss. Das ist aber gar nicht so der Fall. Es ist viel kleiner, viel eingegrenzter. Vor allem bei einer Bachelorarbeit, aber auch bei einer Masterarbeit. Also es geht nicht darum, etwas komplett Neues zu erfinden oder Neues herauszufinden, sondern einen neuartigen, neuwertigen Beitrag zu leisten. Zum Beispiel bei empirischen Arbeiten mit Interviews ist es ja so, dass niemand anderer sonst genau diese Personen vor genau diesem Hintergrund interviewt hat. Und das allein schon ist der neuwertige Beitrag. Oder auch bei theoretischen Arbeiten, wenn man bestimmte Theorien vergleicht und die Art und Weise, wie man das tut und welche Aspekte man hervorhebt, das ist dann auch das neuartige, neuwertige. Also es geht eigentlich darum, einen Ansatzpunkt zu finden und die eigene Arbeit mit bestehender Forschung, ähnlichen Analysen zu verknüpfen, zu diskutieren. Das ist dann der eigene Beitrag. Ein bisschen etwas zu einer bestehenden Diskussion beizutragen, beizusteuern, eine kleine Bereicherung in diesen, durch den eigenen Zugang in diesem Forschungsfeld zu leisten. Bevor es mit dem Vierschritt tatsächlich losgeht, wäre es auch noch wichtig, ein Brainstorming zu machen. Das können Sie selber jetzt machen. Das Video wird kurz stoppen, pausieren und Sie haben jetzt so drei Minuten Zeit, sich ein paar Notizen zu machen zu diesen Begriffen und zu überlegen, welche, was bedeuten diese Begriffe, welche Unterschiede, welche Zusammenhänge gibt es zwischen diesen Begriffen und welche Funktionen haben Sie in Ihrem Konzept, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Also nehmen Sie sich kurz drei Minuten Zeit, überlegen Sie kurz und dann machen wir weiter. Diese Begriffe zeigen ein Gesamtkonzept, das sehr stark zusammenhängt, was ja auch gut ist. Man braucht ja ein zusammenhängendes Konzept. Allerdings macht es das auch schwierig, diese Begriffe auch auszudifferenzieren. Es ist aber wichtig, das zu tun, weil diese Dimensionen eine andere Funktion, Perspektive im Konzept einbringen. Also ich gebe wirklich den Tipp, differenzieren Sie das aus. Vor allem achten Sie auf die Differenzierung zwischen Forschungsfrage und Annahme oder Hypothese, dass das auch ausdifferenziert ist. Eine Forschungsfrage eröffnet explorativ viele Wege. Meine Annahmen oder meine erwarteten Ergebnisse, die ich habe, zeigen dann im Konzept aber schon die Richtung, die ich untersuchen möchte, den Weg, den ich gehen möchte. Das heißt, es ist wichtig, diese Annahmen von einer explorativen Frage auch zu trennen und das transparent zu machen. Analyseergebnis und Ziel der Arbeit, ist das dasselbe oder sind das zwei verschiedene Dinge? Bei einer kleineren Arbeit wie in der Seminararbeit kann das auch dasselbe sein. Das kann funktionieren, vielleicht auch noch bei einer Bachelorarbeit. Die Frage ist eher, kommt nach der Analyse noch etwas? Wenn ich meine Ergebnisse habe, was dann? Bei einer Bachelorarbeit sollte man schon noch eine Diskussion über die Bedeutung der eigenen Ergebnisse zumindest ein bisschen führen. Bei einer Masterarbeit ist das Diskussionskapitel ein sehr, sehr wichtiges. Man will ja für den Themenbereich durch die eigene Diskussion ein bisschen etwas beitragen. Darum habe ich eine Frage gestellt, mir Theorien und Methoden überlegt, die passend sind. Darum habe ich eine Analyse gemacht, damit ich etwas diskutieren kann und aufzeigen kann und damit ich einen kleinen Beitrag eine neuwertige Perspektive leisten kann. Und genau da ist dann das Ziel der Arbeit, das große Gesamtziel der Arbeit, das zu finden und zu diskutieren. Die Bedeutung der eigenen Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund, vor dem Forschungsstand, Verknüpfungen und Diskussionen führen und das geht dann auch über die eigenen Analyseergebnisse hinaus. Und der Vierschritt lehnt sich an dieses konzeptuelle Denken an. Das Ziel des Vierschritts ist, dass ein Gesamtkonzept rund um die Forschungsfrage zu entwickeln und zu präzisieren und das eben in vier Schritten. Das erste wäre, das Thema zu benennen. Das zweite wäre, eine Reflexion über Fokus, Theorien und Methoden zu führen. Das heißt, was soll in der wissenschaftlichen Arbeit wie herausgefunden werden. Das dritte wäre eine Reflexion über eigene Forschungsinteressen, versteckte Annahmen, die in erwartete Ergebnisse zu packen. Und der vierte Schritt wäre dann eben die Reflexion über die wissenschaftliche Relevanz, den eigenen Beitrag. Also warum ist meine wissenschaftliche Arbeit wichtig und wertvoll für die Leserinnen in meinem Fachbereich. Übergeordnet ist auch das Ziel, dass man einfach mal aufschreiben soll, was man schon weiß, was man schon hat und auch drauf kommen soll, wo vielleicht noch Lücken sind, wo ich noch genauer darüber nachdenken muss. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn der Vierschritt noch unvollständig ist oder Teile gewisser Schritte noch unvollständig sind. Es ist okay, wenn Lücken drin sind. Das ist auch ein Ergebnis des Vierschritts. Man muss dann einfach das als To-Do sehen für weitere Recherche, für weiteres Nachdenken und vielleicht auch für weitere Gespräche mit der Betreuungsperson. Weil das Ganze hängt auch davon ab, wie weit sie jetzt schon eingelesen sind in die Literatur, in den Forschungsstand, welchen Überblick sie schon haben über ihre eigenen Daten oder ihr eigenes Material und ob sie schon Entscheidungen getroffen haben, was die Eingrenzung, den Fokus ihres Themas betrifft. Der Vierschritt besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil der Übung ist es, Antworten auf diese vier Fragen zu finden, mit Hilfe eines Lückentextes. Das heißt, Sie fügen einfach Ihre Ideen für Ihr Projekt in diesen Lückentext hinein. Die erste Frage ist, worüber schreibe ich? Da geht es darum, das Thema zu benennen. Im zweiten Schritt geht es darum, den Fokus auch zu benennen, welche Theorien und Methoden da relevant sind. Im dritten Schritt geht es darum, Ihre eigenen Erwartungen zu präzisieren, aufzuschreiben. Und im vierten Schritt geht es darum, zu sagen, warum Sie das wissen wollen. Da geht es um Ihren eigenen Beitrag und warum die Arbeit wichtig ist. Im zweiten Teil der Übung geht es dann um die Umformulierung der Schritte 2, 3 und 4. Das Video wird jetzt auch hier pausieren und Sie haben jetzt Zeit, diese vier Schritte für sich durchzulesen und den Lückentext zu befüllen, Ihre eigenen Ideen einzufügen und dann noch den zweiten Teil mit der Umformulierung zu machen, wo dann die Forschungsfrage ausformuliert wird, Ihr Analyseergebnis, Ihre erwarteten Ergebnisse werden ausformuliert und das Ziel der Arbeit wird dann ausformuliert. Viel Erfolg! Ja, super, gratuliere! Sie haben jetzt den Vierschritt gemacht und den zweiten Teil der Übung mit der Umformulierung. Jetzt gibt es noch weitere Schritte und weitere Reflexionsfragen, die Sie sich stellen können. Das eine ist einmal, gefällt Ihnen die Forschungsfrage? Finden Sie sie konkret genug, spezifisch genug, komplex genug? Ist sie machbar? Was haben Sie da jetzt so für einen Eindruck? Ein weiterer Schritt wäre auch, dass Sie jetzt einen Kontextualisierungsabsatz auch schreiben können, nach der Forschungsfrage anschließen, indem Sie dann noch Details angeben bezüglich Theorien oder Methoden oder Ihrer Vorgehensweise. Sie können auch noch darüber nachdenken, ob Sie Unterfragen brauchen zu Ihrer Forschungsfrage, ob weitere Arbeitshypothesen, die können Sie aber auch als Analyseschritte formulieren. Also es müssen nicht unbedingt Fragen sein, Sie können das auch einfach als Aussagesatz formulieren und Sie können aber auch diese Fragen einfach als Leitfragen für Ihre Analyse verwenden, die Sie jetzt nicht explizit in Ihrer Arbeit irgendwie festhalten. Eine weitere Frage wäre auch, ob Sie einen Unterschied sehen zwischen dem Analyseergebnis, den erwarteten Ergebnissen und dem Ziel der Arbeit. Haben Sie das ausdifferenziert? Nächste Schritte können auch die Recherche betreffen. Anhand des Vierschritts können Sie jetzt Schlüsselbegriffe markieren und herausschreiben, die Sie dann für weitere Recherche als Suchbegriffe verwenden können. Auch eine Möglichkeit wäre, sich Feedback einzuholen von Kolleginnen, von Ihrer Betreuungsperson oder auch von Ihrem Schreibzentrum in einer Schreibberatung zum Beispiel. Und ein großer Mehrwert vom Vierschritt ist jetzt auch, dass Sie mit diesem Vierschritt eigentlich jetzt schon Ihr Exposé Ruhr getextet haben oder auch eine vorläufige Einleitung, weil der Vierschritt in dieser Reihenfolge so der Kern jedes Exposés und auch jeder Einleitung ist. Das heißt, Sie haben da schon etwas, womit Sie jetzt weiterarbeiten können. Sie können auch anhand des Vierschritts ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis erstellen mit den größten Ideen und den wichtigsten Dingen, die Sie ansprechen und zeigen wollen. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen auch noch einen Tipp geben in Bezug auf den Vierschritt. Den können Sie auch ruhig öfter machen. Also es macht schon Sinn, den öfter zu machen, weil sich das Projekt ja auch immer weiterentwickelt. Ganz besonders, wenn Sie jetzt noch ganz am Anfang stehen, können Sie den Vierschritt nochmal wiederholen, wenn Sie dann mit der Literaturrecherche und dem Lesen großteils fertig sind. Sie können es dann auch nochmal machen, wenn Sie die Daten oder Ihr Material mal ausgewertet haben. Und Sie können es auch nochmal machen, wenn Sie in der Analyse oder in der Diskussion kurz vor der Diskussion stehen. Und dann können Sie auch jedes Mal schauen, ob Sie es nochmal präzisieren können, noch was eingrenzen können, nochmal was präzisieren können, eben weil ein eingegrenztes Thema ist auch sehr spezialisiert. Also es ist gut, wenn es eingegrenzt ist und spezialisiert ist. Also schauen Sie einfach, wie sich Ihr Projekt weiterentwickelt. Der Fokus kann sich bis zum Schluss ändern. So der Grundbaustein der Forschungsfrage sollte jetzt auch schon im ersten Vierschritt drin sein, aber der Fokus kann sich auf jeden Fall noch verändern und das ist ja auch das Spannende an einem Projekt. Das heißt, Sie können den immer auch wiederholen, wenn Sie mehr Struktur brauchen, wenn Sie verwirrt sind, wenn Sie nicht mehr ganz genau wissen, was mache ich hier eigentlich und was will ich eigentlich sagen und ja, was kann ich überhaupt sagen, dann ist es gut, einen Vierschritt zu machen, um auch nochmal so die eigene wissenschaftliche Relevanz sich nochmal vor Augen zu führen. Alles Gute und viel Erfolg!